Hallo und recht herzlich willkommen hier beim Telefonjoker. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das Apple iPhone 16 bzw. Apple iPhone 16 Pro einrichten könnt, also sozusagen die S-Konfiguration. So, zuallererst muss man es erstmal einschalten. Das tut man, indem man diese Taste hier länger gedrückt hält. Habe ich jetzt schon gemacht. Das dauert mir ein paar Sekunden. Dann werdet ihr, wenn ihr eine SIM-Karte bereits eingelegt habt, halt nach der PIN gefragt von der SIM-Karte, wenn ihr die eingegeben habt, werdet ihr danach hier in diversen Sprachen willkommen geheißen. So, unser nächster Schritt ist, ja, indem wir hier das Ganze hochziehen. Dann kommen wir zur Sprachauswahl. So, ihr wählt eure Sprache jetzt aus. In unserem Fall dürfte das Deutsch sein. Jetzt müssen wir uns das Land oder die Region nochmal auswählen entsprechend. Wir bleiben hier bei Deutschland. Hat einfach rechtliche Gründe. So, am nächsten Punkt kommt die Anredeform, wie uns halt zum Beispiel Siri ansprechen soll. Und, ja, in meinem Fall ist das männlich. So, dann haben wir noch das Erscheinungsbild hier, ob man das halt alles ein bisschen größer haben möchte, weil die Displays sind ja im Laufe der Zeit doch ein bisschen größer geworden. Wir bleiben mal bei Standard. Hier kann man später im Übrigen immer noch ändern. Dann geht ihr auf Fortfahren. So, dann haben wir jetzt den Schnellstart. Der Schnellstart ist quasi nichts anderes als eine Kopierfunktion. Also, solltet ihr bereits dann ein altes iPhone haben und ihr wollt die Daten kopieren, dürft auf eurem alten iPhone gleich die Mitteilung kommen. Die bestätigt ihr dann und dann scannt ihr nur noch dieses Symbol davon. Also, recht einfach und dann kopiert ihr alles rüber. Ich habe jetzt hier noch kein altes iPhone oder ich habe kein altes iPhone hier. Das heißt, ich konfiguriere es komplett neu. Wenn es bei euch genauso ist, dann macht jetzt einfach hier mit mir weiter ohne anderes Gerät konfigurieren. So, jetzt müssen wir unser WLAN hier aussuchen. Wie euer WLAN heißt, habt ihr auf eurem Router halt beschrieben. Meiner ist der hier. Also einfach mal aufs Typenschild vom Router gucken. Da steht der Name vom WLAN immer drauf. So, und dann gebt ihr das Passwort des Routers ein. Manchmal auch als WLAN-Schlüssel betitelt. Guckt einfach auch da wieder auf das Typenschild von einem Router an, insofern ihr es nicht geändert habt. So, wenn ihr euer Passwort eingegeben habt, klickt ihr hier auf Verbinden. Dann dauert es wenige Sekunden. Und wir kommen auf die nächste Seite. Das kann einige Minuten dauern, sagt das Gerät. Jetzt kommt immer ein bisschen drauf an, welche Internetgeschwindigkeit ihr habt, weil das Gerät ist ja in der Regel doch relativ schnell. Also dauert es wenige Sekunden. Ich spule es trotzdem einfach mal vor. So, das hat jetzt ungefähr 15 Sekunden gedauert. Also ganz entspannt. Und jetzt sind wir beim Thema Daten und Datenschutz. Auch dem muss Apple nachkommen, hier zumindest in der EU. Hier können wir getrost auf weitergehen. Und jetzt können wir das konfigurieren, das Telefon, für uns selber oder halt für ein Kind. Hat einfach rechtliche Gründe, weil da muss ein gewisser Jugendschutz noch extra mit eingerichtet werden, wenn das für ein Kind macht. Ansonsten denke ich mal, das ist für euch jetzt also in dem Moment, also geht ihr hier auf für mich selbst konfigurieren. So, jetzt können wir eine Face-ID festlegen, also sozusagen, dass das Telefon sich automatisch entsperrt, wenn das unser Gesicht erfasst. Also wenn wir das Telefon sozusagen vor uns halten. Das kann man tatsächlich später konfigurieren. So, ein iPhone-Code würde ich gleich erstellen. Ja, man kann jetzt sechs Stellen hier auswählen. Beziehungsweise ich empfehle euch hier über die Code-Option einfach einen vierstelligen Code zu nehmen. Das reicht in der Regel aus. Nehmt einfach denselben Code, der SIM-Karte zum Beispiel. Das macht das in der Regel einfacher. Oder hier nimmt was Sinnvolles. Dann ist mal 4 mal die 1. Nicht so sinnvoll. Bitte nehmt was Besseres. Geht danach hier auf Weiter. Weiter. So, der meckert hier schon. Ist nicht so gut. So, trotzdem verwenden. In meinem Fall jetzt zumindest. Und dann gebt ihr denselben Code, den ihr gerade eingegeben habt. Gebt ihr jetzt nochmal einen. Einfach nur, falls man sich mal vertippt hat. So, und geht dann hier auf Weiter. Also gebt hier euren Code nochmal. Ist klar. Und dann geht hier auf Weiter. So, jetzt daraus wieder ein paar Sekunden. Nicht nervös machen lassen. Und jetzt Apps und Daten übertragen. Jetzt wird mal nochmal gefragt. Das kann man sozusagen das Ganze auch über eine iCloud wieder, also über die iCloud wiederherstellen. Also mit einem Online-Backup sozusagen, wenn man da mal was gespeichert hat. Zum Beispiel, wenn euer Gerät verloren gegangen ist und so weiter und so fort. Klickt hier mal drauf. Gebt eure Apple-ID ein. Und dann kriegt man die Daten entsprechend wieder. Oder vom anderen iPhone. Oder halt auch von Android-Geräten. Hier kann man das Ganze auch entsprechend übertragen. Also wenn ihr jetzt quasi zuvor ein Samsung hattet, könnt ihr hier auf diese Übertragung von Android gehen. Geht dann auf Fortfahren und so weiter und so fort. Und folgt einfach den Anweisungen. Ich gehe mal wieder zurück hier. Folgt einfach den Anweisungen. Ich gehe mal wieder zurück. Das war jetzt noch zum Zeigen. In meinem Fall will ich das Gerät komplett jungfräulich mal einrichten. Weil viele Daten könnt ihr später immer noch wieder übertragen. Wir gehen jetzt hier erstmal auf den Punkt Nichts übertragen. Okay. Jetzt ganz wichtig. Wir müssen den Apple-Account eingeben. Ohne den geht nichts. Sonst können wir halt keine Apps und so weiter runterladen. Also sowas wie WhatsApp und so weiter und so fort. Also wir brauchen einen Apple-Account. Wenn ihr bereits einen habt, dann gebt ihn jetzt ein. Ansonsten könnt ihr halt hier über den Punkt hier einen neuen Apple-Account erstellen. So. Ich habe bereits einen. Deshalb gebe ich den hier mal ein. So. Wenn ihr das eingegeben habt, geht auf Fortfahren. So. Jetzt müsst ihr das Passwort dazu eingeben. So. Wenn ihr fertig seid, klickt da hier auf Fortfahren. Und dann will Apple nochmal auf Nummer sicher gehen und schickt einen Code an euer anderes Apple-Gerät. So. Den ihr dann hier eingeben müsst. Kommt direkt auf dem Display gleich. Und dann schreibt er nur den Code hier entsprechend ab. Und dann seid ihr weiter. Solltet ihr quasi kein Apple-Gerät haben, weil ihr das zum Beispiel verloren habt gerade. Kann ja auch passieren. Dann geht ihr auf keinen Code erhalten. So. Und dann quasi kriegt man eine SMS. Also hier Textnachricht an so und so schicken. Klickt er dann drauf hier. Und ich habe jetzt sozusagen hier bei mir eine SMS bekommen. So. Hier ist jetzt meine SMS mit meinem Code. Bitte nehmt euren Code. Und den gebe ich jetzt hier mal ein. Okay. Dann geht es halt weiter. So. Jetzt erkennt er mich hier. Jetzt müssen wir natürlich den allgemeinen Geschäftsbedingungen, also den AGBs zustimmen. Ohne die geht es nicht. Geht dafür hier auf Akzeptieren. Wenn er es ablehnt, dann könnt ihr das Gerät gar nicht benutzen. So. Jetzt meldet ihr das Ganze an und gebt uns noch eine lustige Animation hier. Und ja. Dann sollten wir gleich zum nächsten Punkt kommen. Ein bisschen Rückwerbung hier. Jetzt werde ich hier nochmal aufgefordert. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei euch auch kommt, weil ich wusste ja meinen iPhone-Code nicht mehr. Wenn es bei euch auch kommt, dann gebt jetzt den Code ein eures bisherigen iPhones. So. Wenn ihr es jetzt getan habt, solltet es jetzt weitergehen. Wenn es der richtige war. Ansonsten könnt ihr hier gehen. Du kennst den iPhone-Code nicht. Da wird euch dann weitergeholfen. So. Jetzt sollte es, wie gesagt, gleich weitergehen. So. iPhone automatisch aktualisieren. Das kann man tatsächlich machen. In ein paar Jahren ist das nicht mehr so sinnvoll, weil das iPhone dann langsamer wird. Aber ja, so für die ersten drei, vier Jahre ist das absolut okay. Wir gehen hier um und fortfahren. Ich mache das einfacher. Ordnungsdienste aktivieren. Das würde ich tatsächlich immer machen. Oder man kann mit dem Gerät ja auch navigieren und so weiter und so fort. Und da ist es wirklich sehr, sehr sinnvoll. Weil so eine Apps wie Karten zum Beispiel oder Google Maps, die brauchen einfach, ja, das GPS-Signal. Und in der EU ist man eigentlich auch ganz gut geschützt. Also wenn es der Sorge hat, dass man irgendwie ausspioniert ist, wo man gerade ist und so weiter und so fort. Das ist eigentlich, ja, nicht so ohne weiteres möglich. So, jetzt dauert es wieder ein paar Sekunden und wir kommen gleich zum nächsten Schritt. So, ich habe jetzt gerade nochmal vorgespult, weil das ungefähr 30 Sekunden gedauert hat. Und ja, jetzt können wir den Mobilfunk-Part hier konfigurieren, zum Beispiel die eSIM. Also wenn ihr da keine physische SIM-Karte habt, sondern ein eSIM-Profil, dann könnt ihr das hinterlegen hier. Und ihr könnt es von eurem alten Gerät direkt übertragen hier, was in der Nähe ist. Oder aber ihr verwendet den QR-Code, der beim, ja, eSIM-Profil-Brief eures Providers halt beiliegt oder der E-Mail. Je nachdem, wie ihr da verblieben seid mit eurem Provider. Also guckt euch das an. Wenn ihr keine eSIM habt oder keine eSIM haben wollt, sondern als mit einer physikalischen SIM-Karte regeln wollt, dann geht ihr einfach später in Einstellungen konfigurieren. So, jetzt können wir nochmal die Bildschirmzeit ein bisschen regulieren. Also da gibt es tatsächlich so ein Programm im Hintergrund, wo man sich selber so ein bisschen ausbremsen kann, wenn man zu oft am Smartphone ist. Ganz interessant. Wir gehen mal hier fortfahren. Also jetzt gibt es noch eine iPhone-Analyse, wo halt geguckt wird, okay, wie kann man jetzt die ganzen Dienste verbessern etc. Da wäre ich halt immer vorsichtig, weil da werden dann schon Daten gesammelt, zwar auf anonyme Art und Weise, aber man gibt hier Daten ab. Und deshalb würde ich hier an eurer Stelle auch nicht teilen. So, jetzt spannender Punkt. Helles oder dunkles Display. Tatsächlich ist hell immer besser am Tage. Dunkel ist besser am Abend für die Augen. Deshalb würde ich hier auf automatisch gehen, weil dann erkennt sozusagen das Gerät, okay, wann ist die Tageszeit, wann ist die Nachtzeit und gibt euch dementsprechend das beste Display. Also geht auf automatisch und klickt dann hier auf fortfahren. So, Stumm-Modus. Einmal ausschalten, das zu sagen, okay, alles klar. Aktionstaste, wir bekommen jetzt nochmal ein paar Sachen hier erklärt. Die Aktionstaste ist die hier oben, die an der Seite, die ist für einige neu. Seit dem letzten iPhone 15 Pro ist die hier sozusagen da. Und da kann man auch gewisse Sachen draufschalten, zum Beispiel die Taschenlampe oder die Kamera und so weiter und so fort. Wobei, für die Kamera mehr, den neuen Button hier. So, kann man anpassen erstmal. So, kann man als Stumm-Modus sozusagen benutzen. Es war ja mal hier die Stumm-Taste hier, beziehungsweise so einen Schalter gab es hier. Der ist jetzt durch eine Taste ersetzt worden. Und ja, man kommt dann doch schon relativ schnell gegen. Deshalb weiß ich nicht, ob ich es direkt als Stumm-Taste benutzen würde. Also, das bleibt halt euch überlassen. Ihr könnt ja auch mal so durchscrollen, als was man das alles benutzen kann. Als Taschenlampe, als Shazam, als Musikerkennung oder halt irgendwie gar keine Option. Guckt einfach mal durch. Geht dann hier auf Fortfahren, wenn ihr den passenden Modus hier entsprechend habt. Könnt ihr später immer noch alles ändern. So, Kamerasteuerung. Drücke die Kamerasteuerung, um meine Kamera-App zu öffnen. Fortfahren. So, die Kamerasteuerung ist sozusagen jetzt dieser Button hier. Der ist relativ neu. Der wird uns jetzt hier so ein bisschen erklärt. So, also wenn man den Button klickt, das ist man sofort in der Kamera. Aber wenn man den Button nochmal klickt, dann macht man tatsächlich das Foto. Also man ist sozusagen näher an den schönen Momenten. So, hier geht es quasi nur darum, ob man das Prinzip verstanden hat. Man klickt da auf Fortfahren. So, jetzt kann man sie einrichten. Also Siri ist so ein virtueller Sprachassistent. Wer den jetzt noch nicht kennt, da kann man sagen, hey Siri, wie wird denn das Wetter? Und dann sagt einem Siri entsprechend, wie das Wetter wird. Also so ein KI-Assistent. Okay. Kann man es auch fortfahren, drücken oder später konfigurieren? Ich würde tatsächlich das erst später konfigurieren, weil ihr braucht eine ganz ruhige Umgebung gerade, weil der muss ja eure Stimme auch so ein bisschen erkennen. Und damit es das tut, muss man das mehrfach ansagen. Deshalb geht auch später konfigurieren. Das kann man immer noch machen. Also wenn ihr auch ein bisschen fortgeschrittener seid. Notruf-SOS, ist auch nochmal ganz spannend hier, falls man wirklich mal einen Notruf absetzen muss. Kriegt man hier ein paar Informationen nochmal dazu, weil da gibt es eine Funktion hier hinter. Geht auf Fortfahren. Und ja, dann sind wir schon soweit. Willkommen beim iPhone. Um jetzt wirklich zu starten, zieht nochmal das Ganze hier nach oben. Und jetzt sind wir sozusagen auf dem iPhone-Bildschirm. Das fragt nochmal, ob er den Standort verwenden darf. Das darf er. Und so weiter und so fort. Guckt jetzt einfach mal durch. Könnt ihr die Apps runterladen. Wem das Gerät am Anfang ein bisschen langsamer scheint, das ist tatsächlich normal, weil der ladet teilweise auch wie wild jetzt im Hintergrund darunter und konfiguriert sich gerade allgemein noch. Also die restlichen Details und so weiter und so fort. Aber keine Sorge, das wird nachher nochmal deutlich schneller. Hier könnt ihr ansonsten halt die Apps runterladen aus dem App Store. Hier habt ihr Telefon, Internet, SMS und ja, den Rest. Guckt euch einfach ein bisschen an. Kontrollcenter haben wir hier nochmal. Hier kann man es auch auf Stumm schalten nochmal. Hier kann man WLAN einschalten, den Flugmodus einschalten, Bluetooth einschalten. Hier reguliert man die Helligkeit. Hier macht man es lauter und leiser und so weiter und so fort. Ohne Probleme, Taschenlampe und so weiter und so fort. Ja, das war es schon. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video hier ein bisschen helfen für die Einrichtung. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen. Auch gerne einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank. Das ist eine riesige Unterstützung von meinen Videos. Und ja, ansonsten viel Spaß mit dem Gerät und ja, vielleicht bis bald mal. Ciao.